neue folge pokémon smart sieht mal wer da ist süß putzig und knuddelig zum spielen auf höchst niveau geeignet zeit für den kopf guadon level 70 zu 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 so so auch geofissur aber da wir höher sind als Groudon sind wir unversorgt es passiert rein gar nichts Platsche-Effekt hat sich befreut erst jetzt erholen da steht immer noch tief in fest so da 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 Das ist schon knapp. Ja, knapp. So. Eingeschlafen und Kappel im roten Bereich. Setzen wir nochmal einen Hyperbar an. Ah, wieder ausgebrochen. Und zum Marschstein. Oh, Headshot voll ins Gesicht. Top Genesung. Solarstrahl kann ich gleich einsetzen, weil ich die Sonne erscheint. Deshalb. Eins, zwei, drei. Ganz knapp. Ganz, ganz knapp. Und was spüren wir jetzt einfach mal? Ah, eins. Schläfe ich wieder ein? So. 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 Wer weiß, wie lange diese Kämpfe gedauert hätte. Bis dahin deshalb. So. So. Oh je. Okay. Ich setze erst mal einen Believer an. Da wird erstmal Zimpax auf die Beine bekommen. Und Dropbox. Ah. Nochmal. Und nochmal. Auch nicht. Auch nicht, Skroudium. Und ja, sowas sieht die Attacke aus. Und ein K.O. Treffer. Ja. Heistre? Ich setze wieder Erholung an. Heistre? Und vorbei. Ah, zwei. Hm. Und? Ah. Oh. Who is that? Haha. Das ist ein K.O. Das ist ein K.O. Das ist ein K.O. Und dann. Und schweig er dort an. Who is it? Who is it? Who is it? Oh nochmal. Okay. Bye bye. Und vorbei. Ah. Hm. Eistre? Und vorher treffe Aris. Es ist bitter. Es ist bitter. Und nochmal wie gesagt. Und was... Bist. Und dann. Und dann. Wie geht's vermindern. Und dann. Und zwar. Und dann. Und dann. Bei Sonnenschein ist es eine Mies-Attacke. Top-Genesung. Wer schläft selber? Okay. Überball. Wer schläft wieder? Wer ist... ...tot. ...tot. Was setzt immer ein Holog ein? Mensch, dieser Junge. Der Solarstall, der Hund riecht sie denn. Eins, zwei, drei... ...tot. Donner ist er! Grownown, das Kontinent Pokémon, 3,5 Meter groß und 950 Kilogramm schwer. Der Nordmythologie soll gewonnen, das Land der Schaffner schläft und mag man und sei Vulkanausbrüche hervorrufen und so weiter. Ja. Das war's soweit. Und... Das gibt's eigentlich nicht. Wie gesagt, wieder mal nachkommentiert. Die starke Sonnenanwirkung hat scheinbar nachgelassen. Ich glaube, die nächsten Parts werden hier auch wieder nachkommentiert sein. Zu Kyoko. Die quasi. Und so. Achso. Achso. Wir gucken jetzt erstmal im Klimainstitut. Was... Wo genau sich Kyoko befindet. Route 127. Schauen wir uns das mal an. Und... 127 ist unter Moosbach City. Also... Wir flogen und gesaved. Und seht ihr... Es regnet... Und Stürmen... Und Gewetter... Also Ehrgewitter. Und... Hier ist es nicht. Irgendwo muss eine... Viereckige... Und ne... Quadratische... Quadratische... Quadratisch praktisch gut... Äh... Tauchfläche sein. Müssen wir erstmal gucken, ob... Dass wir überhaupt... Nicht rauskommen. Ja, siehst ihr jetzt... Sind wir schon auf Route 126? Oder müssen wir nicht... Dürfen wir nicht hin? Dann muss ich auf Route 127. Genau. Genau. Da, genau. Da ist der Eingang. Unter Wasser. Ozean Höhle. Gleiche Musik. Wie bei Gordon. Und da ist es. Putzig, knuddlig, so schmusigern. Ich mach YouTube aus und schaue jetzt fern. Hohe drei Leute. Bis dann und... Ciao. Bis dann.